Du hast recht, danke, danke. Du hast recht, danke, danke. Warte, wir brauchen Dings. Brauchst du nichts noch? Danke! Brauchst du Lust noch? Jetzt hab ich auch Lust, Alter, jetzt hab ich auch Lust. Du hast doch sogar Dings. Ah, wie geil! Was ist passiert? Cabrio gewandelt kurz. Ich sehe nichts. Oh, da ist sogar auch ein Starterpaket. Ich muss einfach gar nichts mehr sagen. Mach einfach Tschabu 2.0. Das ist normal. Das ist normal. Warte noch, ey. Das werden wir gleich sehen. Scheiße. Ich wollte damit mindestens noch 6 Millionen Klicks machen. Mach ganz rein. Guck mal. Warum geht das nicht? Läuft. Läuft, geil. Ich glaube, das ist ausgegangen, oder? Ist die Polizei? Nein. Bitte? Es ist grün. Ach so, danke. Mein Auto ist aus. Moment, ich bin gleich weg. Alles gut. Ja, ist ja gut. Ich stehe Null. Ich stehe einfach Null. Du kurze Tankstelle, warte. Ihr habt hier Dings? Ja, das ist normal. Ich habe kurz gefurzt. Ey, ich sehe nichts. Du hast kein Wasser. Ja, aber guck, ich habe hier diese gemacht. Das ist wie bei meinen Freunden. Ich dachte, das wäre für Auto, dass wir hier ein bisschen verteilen. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Aber nicht zu viel können. Warte, ich habe hier Plan B. Ich brauche kein Wasser. Warte, bleib drin. Ich komme gleich. Scheiße, warte mal. Ich kann gar nicht raus. Warte, warte. Ah doch, geht. Einfach repariert. So. So, das macht bitte 1 Euro. Oh. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Was hast du alles dabei? Der hat ganze Wohnzimmer dabei. Wo ist meine... Du musst noch schwimmen. Ah, genau, genau, genau. Ich komme gleich, ja. Hallo, ich hätte gern einmal die normale Wäsche. Also die Schnellwäsche. Ist kein Problem. Dankeschön. Was ist passiert? Was hast du gemacht? Ich bin nur ausgestiegen. Kamera war gar nicht an. Ja. Du hast vergessen, dass ich die Kamera auf dem Kopf habe. Kein Kommentar. Du musst von innen, ja, ja. Top. Ich muss euch immer mitnehmen. Das ist voll gechillt. Wer will denn mit? Waschstraße? Nein. Du? Kommt schon. Gehst du jetzt hier oder wo? Direkt, ja. Ja, okay. Lass schon bitte raus. Bevor er das Fahrzeug kaputt macht. Ey, mach nicht. Das ist doch eine Tankstelle, Junge. Ey, warte, 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 warte. Ja, genau. Drück? Ja, nein, nein, nein. Drück dagegen. Drück dagegen. Drück dagegen. Ja, stopp, 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 stopp. Ja, mach mal dieses Dach hier zu, bitte. Ich werde jetzt ein Folgendes machen. Ich muss jetzt raus und sie geht nach vorne und ich gehe nach hinten. Ach du scheiß, sehr offen hier. Hast du auch noch was, Malik? Ja. Wertsachen, irgendwas, was nicht nass werden darf. Ja, gibts dein Handy. Handy ist gut, ja. Was ist das, Alter? Einfach Pimmel an Handy. So, okay. Alles klar. Halt die Tür auf. Ich glaube, die Leila, heißt die Leila, die hat nicht so Bock, dass ich oben das Dach aufmache. Perfekt. Ich werde es aufmachen. Okay, okay, rein. Warte. Scheiße, scheiße, scheiße. Rein, rein. Ah, mein Fuß, mein Fuß. Okay, mach dich Zündung an. Und jetzt musst du... Vor dir mal... Oh, Junge. Nein, dein Fenster geht nicht runter. Okay, komm, direkt. Oh! Oh, nee. Was ist passiert? Alter, ich bekomme hier sehr viel ab, Junge. Ich bekomme hier... Oh, das stinkt. Ah! Oh! 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 Schön den Mund aufmachen. Schön schlucken. Ja. Ein bisschen, ja. Oh! 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 Du kannst alles kaputt machen, wenn du willst. warte, warte, warte. Hä? Was? Was? Guck mal hier. Aber warte, bevor du das machst, nimm diese Schutzbrille. Ich spreche aus Erfahrung. Oh! 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 Das ist viel lohn. Hast du Schlitten? Du könntest Automatio-Droniker werden, Bro. Geil, gell. Wie am Meer. Wie am Meer. Wie am Meer. Was ist das? Wo ist das? Das ist ein Zinsschloss kaputt. Hast du es gefunden? Nein. Das werden wir hinkriegen. Ich glaube, ich habe Dings dabei. Zange. Ich komme hier nicht rein. Warte, warte, warte. Nicht aufmachen. Das kommt doch zurück. Ach so. Ja, ja, ja. Sieht gut aus. Gute Arbeit. Ich kann dich direkt einstellen, wenn du willst. 3,50 Euro für der Tag. Auf, ich bin dabei. Ja, ja, das geht. Das geht. Bruder, du hast es gar nicht gewusst. Du hast es getunt. Ja. Ja. Jo, steigt ein. Ey, ich konnte nicht mehr. Hallo. Hallo. Willst du meinen Arm mitbrechen oder was? Warte mal, nach hinten. Ey, die Leute von Punk haben sich mies kaputt gelacht. Ehrlich jetzt? Ja, die haben alle da die Gänse. Die können doch mit Kamera gucken. Wo kommt die eigentlich her? Frankfurt? Ich kann stehen bleiben. Du kommst aus Erbach oder so, gell? Ey, was, was, fuck. Ne, ich komme eigentlich aus Erbach, aber ich bin oft hier unterwegs. Bro, du hast meine... Bro, wir haben mein Problem. Was hast du gemacht? Du, man kannst es noch. Ah, geht, läuft. Jo, ja. Ich habe es kürzer gemacht, dann geht es schneller. Du bist von innen. Dann kommst du besser dran. Aber guck mal, das geht nicht. Das ist kaputt. Siehst du, das ist doch nicht von innen. Was ist mit dir los? Ah doch, sie hat recht, Junge. Du bist voll in seinem Element. Lass doch mal den anderen Schabonnenten auch was üben. Boah. Die Schnauze. Halt die Schnauze, Junge. Wo ist die andere Brille? Marik! Kannst du mir die andere Brille geben? Ich glaube, die müssten da unten sein. Brauchen die? Ich brauche zwei. Der ist Stammgast jetzt bei mir. Aber ich muss sehr viele Autos kaufen. Alter, was hast du hier gemacht? Eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr. Das ist komplett unnötig. Das geht doch auch so auf. Stimmt, wie dumm. Wer hat das konstruiert? Idioten, Alter. Ich sehe nichts. Alter. Warte, ich habe Handtuch dabei. Wo ist mein Rucksack? Habt ihr meinen Rucksack dabei? Hinten? Nein, der ist hier. Ne, das ist meiner. Ne, das ist meiner. Ah, denselben. Hast du den selben Rucksack wie ich? Einfach mein Zwillingsbruder. Jawoll. Hast du auch gleich Handtuch? Geiler. Stabil. Das Auto ist komplett so instabil gebaut. Du kannst mir dankbar sein. Ich finde die defekten Teile. Das ist nicht. Gut. Bro. Der Airbag. Guck mal, hier ist noch was dran. Wo ist das? So. 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 Scheiße. Irgendwas piepst. Das geht nicht auf. Airbag leuchtig. Chill, chill, chill. Jetzt würde ich aufpassen. Guck mal, was du hier gemacht hast. Guck mal, da guckt der schon raus. Guck mal nicht da dran rum. Das macht so gefährlich. So. So. Hey, wo ist Hupe? Hupe ist hier. Das ist Special Edition. Ja, ja, ja. Du kannst sogar grün machen. Guck, wenn du Hupe haben wird grün. Aber gute Arbeit geleistet. Muss ich echt sagen. Hübe machen, ja. Wir haben auch gutes Wetter heute. Sehr gut. Guck für Handyablage. Weißt du. So. Bro, läuft überhaupt die GoPro? Weiß ich nicht, wo sieht man das? Wer läuft? Ja, man. Läuft, ja, top. Am Ende alles umsonst aufgenommen. Aber egal, du hattest deinen Spaß da. Nimm gehört der da? Nein, nein, nein. Der sieht doch ganz süß aus. Hoi, Opa. Ich mach den lieber nicht aus. So. Nein. Bro, hör auf, Alter. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Am Ende bringst du dich wirklich noch um. Nee, am Ende einfach nicht. Ein Handgriff. Bist du Auto-Mechatroniker mit Brief, ja? Ja. Ehrlich jetzt? Nein. Überflüssig. Ey, ey. Malek. Malek. Verrückt dich, Junge. Verrückt dich. Gucci-Tasche von Louis Vuitton. Deine Mayonnaise ist auch am Start. Willst du die mitnehmen? Brauchst du die noch für zu Hause? Nee, okay. Alles klar, ich danke dir. Es ist egal. Ey, Malek. Malek. Beruhig dich, beruhig dich, Bruder. Beruhig dich. Ich machst wahrscheinlich jeden Tag mit irgendwelchen Autos. Hör, ey. Malek. Verriss dich, Alter. Fahr nach Hause. Fahr nach Hause. Lass mein Baby in Ruhe. Ey, warte mal. Ich bin voll dumm, Alter. Ha. Was? Ja, wollt ihr noch was sagen zum Abschluss? Willst du jemanden grüßen? Ja. Ich glaube auch, ja. Du bist der Nächste. Wenn ich sterbe, wenn ich draufgehe, irgendwann mal bist du der Nächste. Ich gebe dir die Account-Daten. Machst du weiter. Dann. Dann. Dann.